Musik Plastikmüll, eine Herausforderung unserer Zeit. Wir als Bayerisches Umweltministerium gehen das Thema an. Gestartet im März, angenommen eine Initiative zu Mikroplastik und Kosmetika. Ein erster Erfolg, aber nur ein kleiner Schritt. Wir wollen grundsätzlich ran an Plastik. Wir erleben es alle im täglichen Leben. Plastiktüten, man hat es über die Freiwilligkeit probiert, es hat nicht funktioniert. Wir müssen ran an Plastiktüten. Wir alle wollen, dass in Zukunft für kommende Generationen wir auf Plastik und Plastikmüll und damit auch auf Mikroplastik überall in unserer Umgebung, Natur, Umwelt verzichten können. Wir als Freistaat haben natürlich Vorbildfunktionen. Und deshalb habe ich als Umweltminister entschieden, dass wir auf unseren Veranstaltungen auf Einweggeschirr verzichten werden. Und damit auch den Vorbild Charakter leben. Wir sind tätig. In Berlin haben wir eine Bundesratsinitiative gestartet. Wir haben einen runden Tisch gebildet im Zusammenhang mit der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie, um dem Thema Plastikmüll näher zu treten. Und wir alle sind gefragt, was Umverpackungen angeht, wirklich beim Einkauf gezielt darauf zu achten. Wir sind alle im Umgang, im täglichen Leben gefordert, auf Plastik, das nicht notwendig ist, zu verzichten. Jeder Einzelne von uns ist gefordert und kann seinen Beitrag leisten. Denken Sie, aber das ist natürlich selbstverständlich für Sie. Mehrwegbecher Coffee to go haben Sie natürlich. Mehrwegtasche, weiß ich, haben Sie immer dabei. Umverpackung, nicht notwendig. Im Supermarkt braucht man nicht, weiß ich, haben Sie alles. Ich freue mich. Diese Vorbildfunktion leben wir gemeinsam. Alles Gude.